I think the profession really sucks. Die einen sind ihm quasi treuergeben und in Liebe verfallen, die anderen verachten ihn. Die Gefahr zu scheitern, die Angst auch zu scheitern. Wie erzeugt man den Erfolg? Das war etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Er wurde ja in den ersten Monaten heruntergedodelt. Das ist auch eine Kaltschneizigkeit, die es einfach in dieser Form davor nicht gab. Erfolg schafft Gefolgschaft. Dazu, wenn you have to shift gears. Das war der schmutzigste Wahlkampf, den es in Österreich jemals gegeben hat. Ist das noch im Sinne der Demokratie? All das, was da gerade über einen hereinbricht. Hausdurchsuchungen. Anfeindungen. Schuldig oder unschuldig. Polarisierung hat es immer gegeben. Ich mache meinen Staatssekretär bei Humboldt. Aus meiner Wahrnehmung her war das ein reines Kameleonwesen. Ich glaube, das war ein stiller Putsch. Ineffizienz, Steuergeldverschwendung. Politik ist kein Kindergeburtstag. Da geht es manchmal zur Sache. Die Leute lieben Verschwörungen. Das muss man wissen. Ein Passagier seiner eigenen Dynamik. Ich habe immer gewusst, wo die Licht- und Schattenseiten sind. Österreich ist das schönste Land der Welt. Vielleicht ein bisschen drüber, aber geil. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020